Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Emulatoren. Ja, vor kurzem wurde ja der Emulator Jutsu und Citra geschlossen. Das Ganze ging ja von Nintendo aus. Sie haben das im Endeffekt verklagt. Dann haben die Anwälte entschieden, dass sie sich eher im Prinzip außergerichtig einigen. Und am Ende wurden 2,4 Millionen Dollar als Schadenersatz gezahlt. So, was jetzt hier passiert? Ist das irgendwie der Startschuss für den Tod der Emulatoren? Was ist denn passiert? Wir gehen das Ganze mal durch. Also erstmal vorweg, es ist nicht der Startschuss für das Sterben der Emulatoren. Das lese ich ganz oft, dass jetzt alle im Emulatoren kaputt gehen. Nein. Es gibt hier viele, viele Faktoren, die hier zusammenkommen und die müssen wir mal durchgehen. Punkt 1 ist der wichtigste Punkt, dass der Emulator Jutsu Originaldateien, wir machen es mal ganz einfach, Originaldateien von der Switch oder von Nintendo benutzt hat. Und das schon mal eine Sache ist, die halt nicht geht. Weil ihr dürft im Endeffekt nicht Daten oder sagen wir mal Teile von der Switch benutzen und damit euer Programm, weißt du, wisst ihr was ich meine, das macht man halt nicht. Sollte man nicht tun, ist schon mal ein Punkt, der schon mal auf der Nintendo Seite richtig ist, weil das macht man nicht. So, das Zweite ist natürlich, was dazu kommt, ist, dass auch Jutsu Geld damit eingenommen hat. Sie haben eine Patreon-Seite gehabt, sie hatten ihre eigene Homepage, wo Werbung gelaufen ist. Dafür bekommt man sehr, sehr viel Geld. Ich meine, wenn die Firma von sich aus 2,4 Millionen US-Dollar Schadensersatz freiwillig zahlt, dann wird da schon ein bisschen Kohle dahinter gesteckt haben. Und natürlich haben sie das Ganze eingenommen mit den Sachen von Nintendo. Was wiederum Nintendo nicht so freut, weil das Geld ist, weißt du was ich meine. Wenn ihr Nintendo seid und ihr entwickelt etwas und andere nehmen einen Teil eurer Idee und verdienen damit selber sehr, sehr viel Geld, dann würde euch das wahrscheinlich auch nicht freuen. Das ist schon mal eine zweite Sache, die reinkommt. Und sagen wir mal, der dritte Punkt, der auch da ein bisschen mit dazu spielt, ist, dass es ja ein Emulator für die aktuelle Generation ist. Und Nintendo ist nicht gefällt, dass Leute Spiele sich im Internet runterladen, die es aktuell noch im Laden stehen gibt. Also ich meine, mal als Beispiel, es wurden eine Million Tears of the Kingdom Downloads verzeichnet, bevor Tears of the Kingdom rausgekommen ist. Weil irgendwelche Leute das Game früher hatten, das online gestellt haben, über eine Million die es vor Release runtergeladen haben und Nintendo sowas natürlich nicht möchte. Was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil wir reden hier von der aktuellen Generation. Was ganz anderes ist jetzt, wenn jetzt ein Emulator zum Beispiel für den Game Boy Color da ist oder für den Advanced da ist oder von mir ist es auch für die Wii. Das sind Plattformen, die findet ihr im Laden nicht mehr. Da würde Nintendo auch nicht so stark dagegen gehen, wenn wahrscheinlich sogar gar nicht dagegen gehen. Weil, wisst ihr mal, da ist auch keine finanzielle Einbuße. Wenn ihr euch jetzt heute ein Pokémon Feuerrot rum runterladet und die in einem Emulator benutzt, dann verliert im Endeffekt Nintendo daran kein Geld. Weil ihr könnt nicht mehr in den Laden gehen und könnt ein Pokémon Feuerrot kaufen. Oder wenn ihr euch, keine Ahnung, Bomberman, Schlag mich tot runterladet. Natürlich, wenn ihr aber hingeht und ihr ladet euch ein The Legend of Zelda Tears of the Kingdom runter und spielt das auf dem PC statt auf der Switch, das ist wiederum etwas, was es ja noch im Laden gibt. Wisst ihr, ich meine, das sind große Unterschiede. Und das sind alles Faktoren, die hier mit reinspielen. Und natürlich auch, wie gesagt, das Geld verdienen mit etwas, was nicht euch gehört. Ich meine, klar, dass die Macher vom Emulator Jutsu oder generell von allen Emulatoren natürlich wissen, dass damit Sachen gemacht werden, die nicht gemacht werden sollten. Ich meine, das ist ja klar. Aber wie gesagt, das sind so die großen Punkte, die halt reinspielen, dass Originalsachen oder Originaldateien von Nintendo benutzt worden sind in Jutsu. Dann damit Geld verdient worden ist und im Endeffekt, das auch noch die aktuelle Generation ist und das hat alles dazu geführt, dass das jetzt passiert ist. Andere Switch-Emulatoren, die nicht die Originaldaten von Nintendo benutzen und wahrscheinlich damit nicht so viel Geld verdienen oder vielleicht gar kein Geld verdienen, die werden auch davon wahrscheinlich nicht betroffen sein. So wie das Ganze jetzt aussieht, also es scheint wirklich, dass sich das jetzt darauf bezieht. Ich habe jetzt gerade vorhin gelesen, dass ein Emulator für den DS, DRA-Stick oder so, also geschrieben D-R-A, dann Stick, jetzt nach der Jutsu-Klage kostenlos geworden ist. Der hat anscheinend früher 4,99 Dollar gekostet, steht hier zumindest im Google Play Store und auch generell, dass man ihn kaufen konnte. Der ist jetzt kostenlos geworden. Und sie schreiben zwar, dass sie das schon länger vorhatten, aber es wirkt so ein bisschen so, okay, Nintendo hat jetzt mit Jutsu und mit Citra Klagen gehabt, weil sie damit Geld eingenommen haben und zack wird der DS-Emulator jetzt kostenlos. Ist schon ein bisschen, wisst ihr was ich meine, der Zufall passt. Da schreiben auch einige Seiten, dass sie das wahrscheinlich jetzt aus Schutz gemacht haben. Wie gesagt, bei dem DS ist noch was anderes. Ich weiß nicht, was bei euch ist, also in meinen Medienmarkten Saturnia kann ich keine DS-Spiele mehr kaufen. Also auch da wird es wahrscheinlich so sein, dass sie erst mal da bleiben. Fangen wir mal an, das grundsätzliche Thema noch mit reinzunehmen. Emulator, Leute, ist eigentlich so ein doofer Punkt. Ich wische mich immer selber wieder mit dem Gedanken, bin ich ganz ehrlich, alte Spiele gerne wieder spielen zu können. Gerade ein perfektes Beispiel ist Pokémon X und Y. Wie möchte ich jetzt Pokémon X und Y spielen? Ich müsste mir jetzt ein 3DS kaufen und dann muss ich mir irgendwo gebraucht, wahrscheinlich ultra überteuert, ein Pokémon X und Y kaufen. So, gehen wir weiter zurück, will ich aber Pokémon Smaragd spielen, dann muss ich mir irgendwo ein Gameboy SP oder ein Advance kaufen, gebraucht auch wieder, um irgendwo dann auch gebraucht Pokémon Smaragd zu kaufen. Und in diesem Punkt ist dann ein Emulator, finde ich, irgendwo auch wieder ganz cool, weil man halt Spiele darauf spielen kann, die es nicht mehr offiziell im Laden gibt. Wie gesagt, das ist jetzt was anderes, wenn man halt sagt, oh, ich lade mir jetzt einen Switch-Emulator runter und lade mir Pokémon X und einen Purpur runter, weil ich das nicht kaufen möchte. Oder falls ich auch kann. Ich meine, das ist auch nochmal ein Punkt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil man ja im Endeffekt etwas umgeht. Man umgeht das, dass man dafür Geld ausgibt. Und man gibt sogar, ich meine, wahrscheinlich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, aber es gibt bestimmt Leute, die sich gesagt haben, okay, hey, ich kenne mich ultra gut mit Spiele downloaden aus, wie die Switch, warum soll ich mir eine Switch kaufen? Ich lade mir einfach einen Emulator runter und lade mir alle Games runter, die ich spielen möchte. Und so hat man im Endeffekt keine Switch gekauft, kein Zubehör gekauft, keine Mitgliedschaften gekauft und auch keine Spiele gekauft, wo man halt sehr, sehr viel Geld umgeht, die an Nintendo gehen. Wenn ich mir jetzt aber einen Emulator für einen DS runterlade und ich lade mir irgendein Pokémon-Spiel runter oder irgendein anderes Game, dann gebe ich ja so gesehen, ich umgehe dann ja nicht das Geld, was Nintendo bekommt, sondern ich umgehe das Geld, was irgendjemand auf Ebay-Kleinanzeigen bekommt. Denn das sind nochmal sehr große Unterschiede, finde ich auf jeden Fall auch, die man halt mit reinnehmen müsste. Die halt auch so ein Punkt sind. Ich meine, Nintendo wird es nicht hinbekommen, in näherer Zukunft einfach alle Spiele in ihren Emulator zu bekommen. Sie haben ja ihren eigenen Emulator, muss man ja sagen, aber da werden für mich nicht alle Spiele reinbekommen. Klar werden irgendwann wahrscheinlich mal die Main-Titel wie Pokémon, Zelda, Mario, die werden wahrscheinlich alle drin verdrehten sein. Das wird ein Thema auf längere Zeit sein, weil irgendwann wird das kommen, vor allem mit einem neuen Switch. Aber es gibt ja auch Leute, die wollen vielleicht ein Nischen-Game spielen, was auf einem DS in ihrer Kindheit erschienen ist, wo sie sagen, das war für sie das geilste Game aller Zeiten. Und das wirst du vielleicht nicht in diesem Emulator haben. Und dann musst du eigentlich diesen Umweg gehen über den PC oder über das Handy mit einem Emulator. Deswegen, ich finde grundsätzlich ist das ein schweres Thema. Ich persönlich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, finde es gut, dass es dazu gekommen ist, dass diese YouTube und auch Citra und so offline gehen. Ich finde, man sollte einen Emulator benutzbar machen oder erlaubt sein, in Anführungszeichen, oder sagen wir mal geduldet, dass Nintendo es nicht cool findet, ist klar. Aber so, dass sie sagen, okay, sie sind da, wir lassen sie da, finde ich auf jeden Fall ist ab. Aber im Endeffekt den DS auf jeden Fall. Eigentlich mittlerweile auch den 3DS, weil da wird es schwerer dran zu kommen. Dass man sagt, okay, auch eine Wii U ist, glaube ich, im Laden nicht mehr großartig erhältlich. Dass man sagt, okay, die aktuelle Generation sollte man nicht mit dem Emulator spielen, weil das ist halt die aktuelle Generation. Ich glaube, Suni ist auch nicht so begeistert, wenn man einen PS5-Emulator auf dem PC hätte und könnte einfach die ganzen PS5-Spiele kostenlos spielen, ohne sie sich kaufen zu müssen. Dann würden wir wahrscheinlich auch hier sitzen, würden sagen, Suni hat einen Emulator gestoppt. Wie gesagt, da kann ich es vollkommen verstehen. Für die älteren Generationen finde ich es eigentlich eine gute Möglichkeit, um nochmal Nostalgie spielen zu lassen, alte Games spielen zu lassen. Und solange Nintendo nicht eine eigene Version bringt, um halt zum Beispiel die alten Games zu spielen, finde ich Emulatoren eigentlich vollkommen okay. Bin ich ganz ehrlich, wie gesagt, für den älteren Bereich. So, ich sage natürlich vielen Dank, schreibt mal eure Meinung zu den Emulatoren in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.